Hallo und herzlich Willkommen, hier ist der Nimiko LP und heute spielen wir Diablo. Ich weiß, ich habe seit langem kein Let's Play rausgehauen, aber ich werde jetzt anfangen zu richtig doll starten. Außer die 6 Wochen, die ich weg bin. Ich bin am 12.9. für 6 Wochen weg und ich würde jetzt mal sagen, ich will geplant hochladen. Das muss ich ja richtig jetzt zu kriegen, aber ich glaube nicht, dass ich hier jetzt geplant hochladen machen werde. Und warte, jetzt hört man mich glaube ich besser. Sorry, ich hoffe das hat jetzt nichts mit dem Let's Play hier zu tun. Ähm, dass man das jetzt so schlecht gehört hat. Und ich gebe jetzt einfach mal mein Passwort ein. Das ist ein Spiel von Blizzard. Die Abo-Doo 3, wer kennt's nicht? Ähm, ich habe dieses Spiel zum Beispiel richtig gehypt. Und ich würde jetzt mal sagen, kann ich neu anfangen? Ich habe schon, ähm, gespielt, deswegen. Kann ich einen neuen machen? Erstellen, ja. So. Wir können einen Heldennamen eingeben, erstmal. Ähm. Ähm, Heldennamen. Okay. Hm. Kacka-Klo-So. Ich, nee, war nicht. Ich-Wam-Bo-Doo. Ähm. Ich hoffe, das geht. Der Name, weil der so groß ist. Ich-Wam-Bo. Okay. Äh. What the fuck, wie sieht denn der aus? Hexen-Doktor-Angst-Zauberer-Nimmern-Ertrisse. Okay. Hm. Schwierige Entscheidung. Oh, das sieht doch geil aus. Ich will mich hier. Helden erstellen. Okay. Ja, ist immer so eine Sache mit den Weibern. Ähm. Jetzt abkriegen. Hm. Das ist die, ähm, ähm, Starter-Version. Ich werde mir das Spiel kaufen, wenn ich die Starter-Version zu Ende habe. Okay, und jetzt würde ich einfach mal sagen, starten wir mal das Spiel. Und das ist der wunderschöne Ladebildschirm, der jetzt schnell zu Ende ging. Vor allem das Gute ist, dieses Spiel spiele ich gerade, aber das Spiel wird, ähm, im Hintergrund nach gedownloadet. Ist genauso wie bei World of Warcraft. Und diese Szene werde ich jetzt mal leise sein. Hier wurde von der Höllenbrot dahin gemetzelt. Oh nein. So etwas mit Ansehen zu müssen. Äh, das ist immer bei mir. Kann einen. Und entversch... Alter, fuck auf. Es liegt nicht an meinem PC. Da. Ach. Och, komm. Oh, ja, der Wahnsinn. Okay. Äh, jetzt habe ich ein Screenshot gemacht. Fuck. Kann ich nicht vorspulen? Ich will vorspulen. Oh, geht doch. Ich glaube, jetzt habe ich es hingekriegt. Nur die Toten riechen derart übel. Der gefallene Stern ist nah. Das ist, ähm, die Mission Gefallener Stern. So. Angreifen sie. Hm, ja, das ist ein Burst. Ja, Zombies hier. Kennt man ja. Typisch Videospiel. Wie viel Schluck der? Schluck nicht so viel, Alter. So. Wunderbar. Und zwar, ich bin am 12. 9. Krankenhaus. Da wird mir die Schilddrüse entnommen. So viel wie ich weiß. Ach, ja, da ist der Hauptmann. Der Hauptmann. Mann. So, ich bin, ähm, eine fast freizügige Frau, also lasse ich jetzt da rin in dieses Tor. Ich bin hier hergereist, um den gefallenen Stern zu finden und das Böse, das von ihm ausgeht, aus diesem Land zu tilgen. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Oh nein. Nur eine Überlebende. Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford. Da sind noch mehr. Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgelegt haben. Hört sich logisch an. Nee. Oh mein Gott. Die haben keinen Unterkörper. Ah. Ah. Aber das hat sich immer, die laufen immer gleich durch mich. Okay, ich klicke jetzt einmal. So. Boah, das war ja gar nichts. Ich hab doch gar nicht gekämpft. Ich hab geschossen, hab ich, ey. So, Kinders. Okay, auf der Karte kann man jetzt nicht klicken. So, wer bist du denn? Bruder Macheli, Heiler. Der Hotzakerum ist in Ungnade gefallen. Welcher Glaube kann uns jetzt noch retten? Es ist das Ende der Welt. Seht ihr das nicht? Ach, wer weiß. So wie der Schäfer über seine Herde wacht, werde ich mich jener, die wir uns beschützen wollen. Oh, jetzt wäre ich. So, das ist ein Händler. Okay, das ist ein Händler. Das sind zwei Rendys, die nicht sprechen können. Was ist das? Dein Cane Chronic. Sie haben keine... Okay. Unidentifizierten... Ach, hier kann man Gegenstände identifizieren. Was ist das, Beutetur? Heilen braucht man immer was zum Heilen. Das ist wichtig. Ich muss sagen, das Spiel macht relativ Bock, wenn man es jetzt... Ja. Ähm, wenn man das jetzt ja so richtig durchmacht. Ich hab's ja nur getestet, aber ich find's, das macht irgendwie Bock. Die Story, also jetzt die Quest, die ich jetzt quasi habe, Gefallener Stern, der in der Kathedrale eingeschlagen ist und hier überall alle zu Zombies machen tut. Äh, ach hier, da ist Lea. Lea, Lea, richtig? Rumpfurt sagte, ihr habt den Einschlag des fallenden Sterns überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Oh nein! Die Toten erhoben sich bereits. Naja, die... Boah, die sind so razzistisch. Das ist ja... Äh, Zombie-Hass, ey. Zombies haben doch auch Hunger. Dann sollen sie mal diesen Vater von dem mal fressen hier. So. Äh, was ist das? Aktiviere... Keine Ahnung. Ah, hier. Lea, Fähigkeiten. Äh. Nee. Okay, nehmen wir einfach mal an. Hier, neue Fähigkeit. Kosten. Soll ich... Ach, Hass, Hass, Hass. Okay, Hass habe ich genug. Das wird schon ausreichen. So, jetzt gehe ich wieder zu leer. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Oh nein! Dann werde ich ihnen ein Ende bereiten und eure Stadt retten. Boah. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Boah, ich will diese Zombies nicht wehtun. Die haben ja slichig auch Hunger. Das sind ja auch nur Lebewesen. Ich will nicht dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen. Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Daltin und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Oh, die haben ja auch nur Hunger. Macht euch keine Sorge. Da kannst du froh sein. Nun, ich habe euch kämpfen zu. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Ich will aber nicht... Wie, die greifen die Barrikaden an? Geht sowas? Hier, aber du... Treffe ich nicht? Mein Hass ist nicht ausreichend. Nö, man... Ah, okay. Das ist quasi die Magische. Ja, okay. Kein Ding. Kein Ding. So. Ja, atmosphärisch. Neues Wisschen. Der Kalken war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asias abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, indem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und wirken sie wieder als lebende Tote hervor. Oh, das war hier schön ein Tomahawk in die Fresse. Wer das jetzt nicht gesehen hat, also... So. Ich glaube, das... Du kotzt hier nicht alles voll, Alter. Geht's noch? Hier. Oh, voll in den Kopf drin. Ja, das mit den Aim-Bots ist so eine Sache, ne? So. Hm, hm, hm. Ich lade heute vielleicht eine Minecraft hoch. Wer weiß. Vielleicht ein Together mit Christopher. Was ist das? Mordriga Keller. Geh mal da einfach mal kurz rein. Wahrscheinlich gibt's da so Geld oder so. Oh, so Gold. Oh, nett. Ei-Pfeiler kommt zurück. Na? Man muss nur doppelt klicken. Ei-Trank ist immer gut. Gold ist auch immer gut. Was ist das? Da hat er ein bisschen Schotter bei sich. Muss man... Ei, geh weg. Gnadungslos. Gna... Ach, egal. Gnadenlos abgeschlachtet. Oh, guck mal die KI an hier. Oh, guck mal richtig geile KI. Oh, komm her. Komm her. Du kriegst dich. Oh, 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 oh. Hat das Fie mich jetzt gekriegt? Ja, Mann. Ich gehst den Fallen, der kommt zurück. Ist das die Bumerang-Fallfähigkeit oder was? So, warum sollte ich jetzt in den Keller rein? Oder warum kann ich in den Keller rein? Oh, holla, wie weit fähig ich friere. Warum friere ich? Ich darf nicht frieren. Ach, hier ist noch was. Ah, ne, das Schwert kann ich aufheben. So, Eventar. Natürlich, I immer. Wie I. Äh, Körper. Ist, glaub, alles das Gleiche. Ach. Ein Handschuh. Äh. Äh. Also, die kostet vier. Dann nehm ich die, weil die ist teurer. Mal gucken, wie sich die Tosse mit Nahkampfwaffen schlägt. Äh. Mal sehen. Was? Töte die Königin der Bundes. Ah, hier, ja, diese halben Dinger muss ich glaub töten, wenn man das hier lesen tut. Okay, da hatte nix. Ach so. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ach, warum nehme ich jetzt das? Das kann ich eigentlich wegwerfen hier. Hier, tropfen. 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 Ah, ne, ich bin dumm. Ich kann's doch verkaufen. Da. So. Alles mitnehmen. Verkauf mir hier. Das ist jetzt Fernkämpfer. Die Klasse ist jetzt, ähm, speziell Fernkämpfer. Ich hab'n Schall an, weil es draußen kalt ist. Ähm, sieht das auch aus? Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Je, wie verschluckt mich so viel, Alter. Das ist ungesund. So, neues Ziel. Äh, ich hab'n neues Ziel. Wie, ich, ich... Ich will kein neues Ziel haben. Donne, ich, warum stand da jetzt neues Ziel? Das macht logisch. Das ist logisch. Ich mach' jetzt hier gleich danach den zweiten Part. Und damit verabschiede ich mich zum ersten Part und lade dann den zweiten einfach, ähm, am nächsten Tag hoch.